Sie alle kennen die Hängenden Gärten von Babylon und dies ist eine der ältesten Darstellungen der Hängenden Gärten von Babylon im Bild, nämlich aus Sebastian Münsters Cosmographia von 1588. Wie Sie sehen, hatte der Zeichner überhaupt keine Ahnung, was ein Hängender Garten ist. Und was ein Hängender Garten ist, werden wir auflösen in unserer Ausstellung die Hängenden Gärten von Babylon ab 25. März hier auf Schloss Benrad.